Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu LipGedX. Heute geht es um Maus und eine getimte Attack-Animation. Also ihr habt ja diese Attack-Animation hier geladen und jetzt haben wir natürlich das Problem, unser liebes kleines Skelett haut permanent drauf. Das ist nicht so geil. Wir wollen das natürlich nur so, ja, wir wollen das mal haben, wenn wir zum Beispiel die linke Maustaste drücken, so schlägt man standardmäßig in irgendwelchen Videospielen, aber nicht einfach die ganze Zeit. Deswegen macht es so irgendwie keinen Sinn. Wir wollen das Ganze jetzt also nicht mehr über, wir wollen das also hier unten in Touchdown und Touchup wollen wir jetzt regeln, starte die Animation und stoppe sie auch wieder und zwar mit Maus. Wie gesagt, Touchdown und Touchup hatten wir letztes Mal schon kurz gemacht. Die waren aber, habe ich gesagt, für Bewegungen von irgendwie Android oder sowas, aber mit der Maus hat man auch solche Bewegungen. Schaut doch mal einfach mal in der Maus zu hier. Damit kann man eigentlich auch recht gut Bewegungen machen. Gut, wichtig ist, dass wir hier Timer.Schedule benutzt haben. Ihr seht hier, Timer.Schedule ist eine statische Methode. Das ist nicht geil, denn wenn ich diese statische Methode jetzt benutze und sage, okay, pausiere meine Animationen, dann habe ich ein Problem, nämlich dann werden alle Animationen pausiert. Also der Gegner haut nicht mehr, ihr haut nicht mehr und dann wäre es ja einfach. Deswegen müssen wir das Ganze mit nicht statischen Funktionen machen. Wir brauchen tatsächlich einen neuen Timer hier. Deswegen sage ich jetzt hier einfach mal TimerAttack. Also wenn ihr nur eine Animation habt, ist das die einfachere Methode. Aber wenn ihr mehr als eine Animation habt, was ihr normalerweise haben werdet, dann braucht ihr tatsächlich für jede Animation einen eigenen Timer. Deswegen sage ich jetzt TimerAttack. Und ich darf ihn hier noch nicht initialisieren, weil der irgendwie in die Game-Loop noch reingenommen wird, logischerweise, beziehungsweise ins Game, der generell mit reingenommen wird. Deswegen darf ich das erst hier in dieser Create-Methode machen. Also sage ich jetzt hier Attack gleich New Timer. Klammer, Klammer, Semikolon, fertig. Okay, und jetzt möchte ich gerne hier diesen Attack-Timer benutzen und nicht mehr die Schedule-Methode, sondern Attack.ScheduleTask. So, und mit diesem ScheduleTask mache ich im Prinzip genau das, was ich davor auch schon gemacht habe. Ich sage einfach, ich hätte jetzt gerne einen Task und der soll ausgeführt werden. So, wenn wir uns das jetzt mal angucken, sind wir im Prinzip nur von einer, na komm, mach's auf, von einer statischen Methode, nämlich Timer.Schedule, auf eine nicht statische Methode. Das heißt, wir können jetzt mehr als eine Animation haben. Das Problem ist immer noch, er haut permanent. Das ist nicht geil. Deswegen sagen wir hier am Anfang, okay, hey du, brauchst du nicht machen. Attack.Stop. Ach. Attack.Stop, habe ich gesagt. Okay, so, und jetzt haben wir die Animation direkt gestoppt, nachdem wir sie gestartet haben. Sprich, wir sehen eigentlich nichts davon. Was jetzt aber passiert, ist folgendes. Wir haben keine Animation mehr. Übrigens habe ich auch herausgefunden, warum dieser Bug mit dem Flippen noch da ist. Die Animation zum Attacken, die überschreibt das Ganze immer. Das heißt, wenn ich das Ganze jetzt so mache, dann funktioniert das wunderbar. Ähm, ja. Okay. Diese Animation soll jetzt also auf Knopfdruck ausgeführt werden. Ihr habt wahrscheinlich schon herausgefunden, wie es funktioniert. Ich habe nämlich Attack eingegeben und dann einfach mal Punkt gedrückt. st noch eingegeben und dann sieht man schon, es gibt eine Start- und eine Stopp-Methode. Das sind die beiden Methoden. Mehr brauchen wir eigentlich hier unten beim Mausklick. Dann am Ende nicht mehr machen. Das ist das Tolle daran. Das ist wirklich sehr simpel gehalten. Okay. Also, was sind unsere Zielmethoden hier? Touchdown und Touchup. Wie gesagt, hat nichts mit Football zu tun. Gut. Ähm, bei Touchdown sagen wir jetzt einfach, okay, wir haben jetzt hier einen Button gedrückt und wir wollen gerne, wenn dieser Button gedrückt ist, If Button. Ihr könnt auch mit der rechten Maustaste schlagen oder mit irgendwelchen Keys von eurem Keyboard, aber dann macht ihr das mit Keys hier oben bei Key Up und Key Down. Bei linker Maustaste, rechter Maustaste einfach hier rein. Ihr könnt es euch aussuchen. Ich nehme jetzt die linke Maustaste. Witcher 3 sei gepriesen. Buttons, habe ich gesagt. Buttons, Punkt, oder wollte ich sagen, Left. Das heißt, die linke Maustaste, wenn die gedrückt wird, was machen wir dann? Naja, im Prinzip nicht viel. Wir sagen einfach Attack, Punkt, Start. So, dann fängt unsere Attack-Animation an. Und hier unten genau dasselbe Spielchen wieder. Wenn die linke Maustaste losgelassen wird, Touchup ist Loslassen, wenn sie links losgelassen wird, dann sagen wir hier Attack, Punkt, nicht Start, sondern Stop. So, das war die ganze Magie dahinter. Jetzt können wir das Ganze mal ausführen und uns angucken, was noch kaputt ist und was noch funktioniert. Okay, ich bewege meine Figur wieder mal mit meinen Pfeiltasten. Und wenn ich jetzt anfange, hier drauf zu drücken, dann fängt da an, also linke Maustaste, halte ich gerade gedrückt, dann fängt da an zu hauen, die ganze Zeit. Bis ich loslasse, dann hört da einfach auf. Okay. So, ihr seht, er hört einfach mitten in seiner Animation auf. Ja, das ist natürlich semi-optimal, dass er jetzt hier einfach mittendrin aufhört. Wir könnten aber auch einfach dann die andere Animation benutzen und wieder die Lauf-Animation starten. Das heißt, wir laden jetzt hier dann eben noch ein zweites Sprite rein, also eine zweite Animation. Wir haben ja sogar zwei Attack-Animationen, habe ich euch ja, glaube ich, mal gezeigt. Wir haben sehr, sehr viele Animationen hier und laden einfach die zweite Animation noch rein und wenn wir hier eben dann nicht mehr schlagen, dann fangen wir wieder an mit Laufen. Sowas in die Richtung. Mache ich jetzt nicht, sonst wird das Video wieder so lang werden und das überlasse ich, wie gesagt, euch ist alles kein Problem. Das wird jetzt auch einfach mal so bleiben. Okay, dann hoffe ich, es hat euch mal wieder gefallen und ihr wisst jetzt, wie man Buttons hier benutzt und wie man Animationen schön timet, also auf Knopfdruck sozusagen. Okay, alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Ciao, ciao.